Moin ihr Lieben, wir kommen heute wieder zu einem Turnierberichtsvideo. Das wird heute aber eine ganz, ganz schnelle Nummer. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, ich mache diese Woche ein Eine-Woche-Follow-Me-Around. Das schluckt natürlich ziemlich viel Zeit im Schnitt, deswegen kann ich euch heute leider kein richtig aufwendiges Turniervideo präsentieren. Ich habe aber für euch mein Flutlicht-L und auch die Mannschaft zusammengeschnitten und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Ich werde auch gar nicht viel dazu erzählen. Eins möchte ich noch anmerken, ich war gerade im Flutlicht-L richtig, richtig zufrieden mit uns. Ich habe mich einmal ganz doll verschätzt, da habe ich auch den Fehler, aber den Rest der Runde fand ich wirklich selber mal ganz, ganz gut. Und auch die Mannschaft, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Seht's einfach selber und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.